Hanselmeier. 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 Die Mama ist da und die Schwester ist da. Also, ich weiß es von meiner Mutter, wie ich die erste Fernsehsendung gehabt habe, was da vorgeht. Ich muss sagen, wir sind selber stolz, so eine Stimme, macht nichts, ich war schon mal gehört, so eine Stimme zu entdecken. Freunde, ja, ja. Also, ich muss Ihnen sagen, ich wollte Ihnen so viel fragen, ich beschränke mich eigentlich auf das, was wir brauchen für ihn. Ich kann Ihnen nur die Chance geben, der Stadel. Wir brauchen eine gute Plattenfirma oder einen guten Verlag, einen guten Manager, der nicht gleich ausräumt. Denn ich glaube, wir können stolz sein, in der heutigen Zeit so eine Stimme zu haben. Die Mama gefreut Sie, die Schwester, die hat alles eingefädelt. Das ist ja ein halberer Kriminalfilm, was die Schwester aufgeführt hat. Und eines weiß ich, Johannes, du hast fünf Kinder. Die sind zu Hause, wo? In Neumarkt, am Wallersee. Die sind zu Hause in Neumarkt, am Wallersee, haben mit dem Papa mitgeziedelt. Ich bin sicher, du wirst ein bisschen was sagen wollen. Alle meine lieben Kindeleine, ich liebe euch von ganzem her. Aber... So, Freunde... So, dann haben wir dazu, dann ist das Glück voll. Du hättest feiern, gehen wir weg, ja. Das gehört gefeiert für sich alleine. Ich bin happy.